Hallo zusammen, wir sind mit unserem Bauprojekt schneller vorangekommen als gedacht. Hier seht ihr die Straße, die wir schon zu Ende gebaut haben. Und dort drüben seht ihr den Bahnhof, der noch gebaut werden muss. Wir haben den Großteil der Bauaufnahmen für euch aufgezeichnet auf Video. Dafür werdet ihr jetzt ganz, ganz viele Parts sehen. Viel Spaß beim Schauen! Ich muss euch... Irgendwie will ich euch ja helfen, aber irgendwie seid ihr gerade so fleißig. Hast du schon einen Spitzhacken zu holen? Du musst mir all deinen Bruchstein geben. Ich brauche eine Spitzhacke. Ja, ich hole gleich eine. Hast du viel Platz, Christian? Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dinger? Oh, der ist nicht so tief. Oh Gott. Da fällt mir nichts drauf ein. Nichts blödes. Wollen wir da nicht runterbauen? Oder bleiben wir hier hoch jetzt? Darin? Stopp! Ja, da hinten ist gleich noch wieder eine... Ähm... Es liegt ja alles durcheinander. Ehe. Ich gehe mal wieder zurück. Christian, was sagst du? Bleiben wir... Oder... Äh... Ja, hinten müssten wir sonst direkt wieder nach oben. Ack! Ich habe gerade keine Zeit. Moment. Er ist hier Pascals Chaos wieder beseitiget. Mein Chaos? Ja, dein Chaos. Du was? Minecraft Chaos. Minecraft Chaos. Ob die hier oben bleiben oder nach unten gehen und hinten wieder in die Höhe? Ich würde sagen, oben bleiben und da hinten wieder hoch. Dann... Nein, ich brauche Bruchstein. Oder... Hm? Ne, wir kommen auch gerade quasi genau in dieser Lücke da aus. Ich glaube, das passt ganz gut. Also, wenn wir die ganze Zeit so bleiben... Also, bleiben wir so, ja? Ja. Würde ich sagen. Wie baue ich eine Lore? Mit Eisen? Mit Eisen und dann... Wir haben auch noch irgendwo eine, Pascal. Bei den Werkzeugen, glaube ich. Ich habe doch genug Loren, wenn du eine haben willst. Ja, will ich. Kann ich denn einfach gleich da reinsteigen und dann fährt die los? Ne, du brauchst den Antrieb. Ich habe ja Antriebsdinger überall hingebaut. Ja, aber du musst dich quasi mit dem Knopf so losschießen oder so. Einfach so geht das nicht. Ah, mein Grafiktreiber hat sich überlegt. Er kann doch wieder nochmal... Ah, er kann wieder funktionieren? Ja. Na dann. So, jetzt hier irgendwo hoch oder hier wieder durch? Durch, ne? Durch. Ich kann die aber nicht alle verzaubern, die Spitzhacken und so, ne? Nur ein paar. Nein, sollst du auch nicht. Bring einfach stimmende Malung. Ich brauche Schaufel. Ich brauche eine Schaufel, Pascal. Ja, ich brauche auch ganz viele Schaufel mit. Ich habe eine Schaufel. Eine habe ich noch. Eine Eisenschaufel. Ja. Ich höre hier eine Fledermaus. Warum höre ich hier eine Fledermaus? Braucht ihr sonst noch irgendwas? Wo müssen du, Pascal? Gerade in meinem Haus. Ich komme sofort wieder raus. Du kannst, du kannst, du kannst. Ja. Also Stein habe ich noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es mit Diorit aussieht. Diorit bin ich noch ganz gut bestückt gerade. So. Dann brauchen wir Arbeitskraft. Aber du könntest vielleicht doch lieber nochmal ein bisschen Diorit mitbringen. Weißer nicht, wie weit wir noch müssen. Diorit habe ich nicht mehr. Ja, hier. Achso. In der Kiste von Timos glaube ich noch was dran. Okay, da komme ich ja vorbei dann. Jetzt gehe ich jetzt zu Mike, dann zur Timos Kiste, dann baue ich die... Hört ihr die Fledermaus aus? Ich bin noch nicht bekloppt, oder? Das ist ja nicht so. Ich habe noch nichts. Ach, ich muss vorher noch... Ja, ich habe eine Fledermaus. Hörst du die? Ja, ich habe mich ja nicht bekloppt. Aber ich sehe, dass ich mein Leben die ganze Zeit generiert. Ja, das ist, weil die Schwierigkeiten aus dem Rissen gestellt wurden. Was geil, du musst halt gleich einfach nochmal zehnmal weiterlaufen. Jetzt gerade nackt. Oh. Soll ich dann noch 30 werden? Dann gehe ich zur der Dingsfarmen. Meter, Kohlefarmen, Redstonefarmen. Ja, ich gehe jetzt auch Kohlefarmen, genau. So, jetzt tue ich die Lore hier drauf. Jetzt ziehe ich mich da rein. E. Das ist ein Kitschen nennen müssen. Äh, wie geht man in eine Lore rein? Rechtsklick, oder? Ja. Ah, okay. Ach, man kann auch. Ach, man kann auch. Okay, an. Wollen wir da jetzt durch. Warum baut ihr schon so weit? Ich komme auch gar nicht hinterher. Ich brauche Hilfe. Dass wir den Antrieb schieben, funktioniert irgendwie nicht. Ich fahre gerade ganz langsam vor mich hin. Das sieht so geil aus. Tucker, Tucker, Tucker. Oh, bin ich hier? Ich bin in ein Loch gefallen. Ich komme nie an. Pascal, ey. Ihr feiert. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht besser rennen. Ich hoffe, das hast du auch Video. Ja. Vielleicht machst du den einen paskaligen Lorenantrieb oder so. Den du einfach schiebst. Ich habe echt keine Ahnung, wie man diese Antriebsschienen da benutzt. Weil die sind da halt einfach und die machen nichts. Passiv. Passiv. Schauen wir jetzt einfach durch das Gebirge durch. Ja, ja. Ah, was? Das ist echt ein Gebirge, ne? Das ist nicht, äh... Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Jetzt, äh, links, shift. Oh, hier kommt dann ein Tunnel, da vorne. Ja. Yay. Ein Tunnel. Wir haben auch einen Tunnel. Oh, ich habe den Weg zerstört. Warum? Hier kommt Sandstern. Hat noch einer Bruchstein. Ja. Nicht da reinhüpfen. Wieso brauchst du denn? Also jetzt gerade noch nicht wieder, weil wir erstmal buddeln müssen. Alter. Ich hoffe, das ist alle her. Äh, von zu Hause. Von zu Hause? Von zu Hause. Ach, lol. Ich wollte, habt ihr noch eine Werkbank da? Ja, die musst du unterwegs irgendwo einsacken. Bring die da mal weg. Irgendwo in Timbuktu ist noch eine. Ah, den bin ich da gerade dran vorbeigelaufen. Aber jetzt habe ich bald keinen Bruchstein mehr. Die Werkbank sehe ich von hier aus sogar, glaube ich. Die ist irgendwo weiter. Okay, dann ist die hier nicht. Da oben ist die Fledermaus. Aber wo ist es wo? Jetzt ist sie hinterm Berg. Oh, die blöde Fledermaus. Wah, warte. Da. Da, da, ich töte sie. Nein. Die fliegt doch weg. Die ist doch böse. Da, da fliegt sie. Krieg sie, ich krieg sie. Als wenn du ein Schmetterling fängst. So sieht das aus, als ob es mit einer Spitzer gilt. Die fliegt doch einfach voll ins verarscht. Geht ihr nicht, geht ihr nicht Schmetterlinge mit Spitzhacken fangen? Nö. Ich mache das meist mit Schaufeln. Ah, ja, okay. Kriegst du da ein Tischtennis mitgehen, oder? Ich habe Erfahrungen gemacht, dass Spitzhacken effektiv sind und Schaufeln. Alter, ihr seid schon so weit. Wollt ihr mich verarschen? Oh, hier sind mega viele Blumen. Wir sehen dich doch gar nicht, Pascal. Ich habe gar keine Pfeiler gemacht. Nee. Was für Pfeiler? Das ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Wir machen Straße. Pfeiler machst du. Genau. Aber wollt ihr den ganzen Berg abbauen? Keine Ahnung. Hier die Straße durch und dann den Tunnel. Ja, genau. Weil mit dem Tunnel ist halt schwierig bei Sand. Oh, gut. Aber Garin ist doch so pro. Er hat das doch vorhin hingekriegt, da unter den Sand direkt was durchzubauen. Ja, klar. Also direkt. Ach, genau. Man kann das abbauen, eine Reihe Bruchsteine setzen und da drüber dann wieder den Sand draufbauen, so wie es vorher war. Das ist ganz schön viel Arbeit. So, wer braucht jetzt Werkzeuge? Ich. Ah, ich habe sie erwischt. Was denn? Wie hoch soll die Straße, der Tunnel muss für die Straße sein? Drei. Und, aua. Aber hier muss ich schon noch alles abbauen, oder? Spitzhacke. 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 Warte, warte, warte. Ich mache gerade weg. Spitzhacke. Hast du nur Langenschaufeln oder hast du nur Steinschaufeln? Stein. Äh. Oh, lol. Warte. Ich habe es euch gerade aufgesammelt. Ja, Eisen. Yay. Danke. So, und du brauchst eine Schaufel oder mehr Rache. Ich habe schon, also Steinschaufel habe ich schon. Und wenn du die Mannschaft hast, nehme ich die natürlich auch. Ich habe, ich habe Eisenschaufeln. Sie sind besser auf jeden Fall. Ah, Essen. Ja, habe ich. Meine ich eh. Krieg mal das hin. Da war das Essen. Das war Essen, ja. Brauchst du auch eine Schaufel? Da, Schaufel. Was ist das für eine? Eisen. Da, Schaufeln. Hier, ich habe noch eine. Da, Schaufel. Hinter dir liegt noch eine. Und wie macht ihr, wie, äh, was ist jetzt der Plan? Ja, Tongo. Erstmal buddeln. Erstmal buddeln. Und echt nur mit dem nachher wieder darüber das Bauen, oder? Ja, irgendwie muss das funktionieren. Das sieht halt am coolsten aus. Ja. Oh, wie ist mein richtiges Sandstein? Ich habe Sandstein. Also, alles hier abbauen erstmal. Er muss. Alter, das ist so viel. Ähm. Kann jemand noch eine Kiste craften, wo wir den ganzen Sand reinpacken können? Was willst du mit dem Sand? Lass ihn doch einfach verkommen. Ja, den brauchen wir doch nachher wieder, um das oben draufzusetzen. Ich habe kein Holz bei. Wo ist Timos Kiste? Äh, soll ich die abbauen? Ja, kannst du machen. Okay, ich such die mal. Timos Kiste ist ungefähr 10 Minuten loswegweg. Noch nicht eine Viertelstunde? Also, wenn das hier alles schon Sandstein ist, dann könnte da hinten auch schon alles Sandstein sein, und dann haben wir sowieso kein Problem. Ich hoffe's. Weil ich bin hier schon im Sandstein drin. Ich noch nicht. Ach, die ist gar nicht mehr da, okay. Ähm, dann baut... Welcher? Dann baut... Die ist doch viel... Die ist viel weiter weg. Timos Kiste ist geschrieben. Achso. Achso. Also hier ist auch ganz viel Sandstein. Also, wir machen dann vier, äh... Ne, drei frei, oder nicht? Hä? Die drei frei, für was? Für den Weg. Also brauchen wir vier frei. Was für den Weg? Für den Tunnel, meinst du? Für den Tunnel. Also das hier... 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 Also das hier ist glaube ich zu wenig. Ich finde ich glaube ich zu wenig. Drei würde ich auch sagen zu wenig. Also ich hätte gedacht auf der Höhe. Das finde ich glaube ich ganz gut. Das sind ja drei. Ach ne, ich bin ein tiefer Einhörer, aber nicht. Ja, vier. Vier würde ich sagen. Der Höhe habe ich da hinten, glaube ich, schon Sandstern. Okay, vier plus eins. Okay. Also wenn du hier guckst, da ist schon Sandstern in der Höhe. Alter. Das heißt, eins, zwei, drei, vier hoch. Das heißt, ein Ereignis, ein Sandstern kann ich noch weg. Müssen wir jetzt durch den Berg durch? Äh, da sind jetzt nur noch Berge, ne? Toll. Wir müssen noch ungefähr 100 Blöcke in die Richtung. Hört sich ja erstmal wenig an. Ja, hört sich auch wenig an. Alter. Okay, wenn wir hier durch, durch den Berg sind, müssen wir die Straße irgendwo so bauen, dass wir nicht mehr Tunnel bauen. Ich habe keinen Bock so viel Sand abzubauen. Das ist ja alles schon Sandstern. Äh, ich bin mir nicht... Wartet mal. Ne, das irgendein... Ach so, doch, passt. Ähm. Was denn? Ne, äh, ich dachte, das wäre irgendwie eine schmale Straße, aber das sind, das ist ja der Mittelstreifen. Ja. Ähm, so. Wenn das hier, dann eins, zwei, drei, vier. Äh, eins, zwei, drei, vier. Äh, dann müsste da die Decke hin. Na? Ist das so richtig? Hat nur jemand Bruchstein? Äh, brauche ich gerade. Okay. Was ist mein Inventar? Was ist da? Sand, Truhen. Ah, ah. Timo, mein Held. Hier ist die Kiste. Karl, wie lang geht das Gebirge? Bleder da hoch. Über 100 Blocks. Oh. Jetzt schon wieder... Ich glaube, ich bin durch. Nee, dahinter sind noch mehr Berge. Du musst bis 600. Ja, weil es... Und dann machen wir... Können wir die Abzweigung machen. Nach rechts. Ich bin bei 543. Ja, dann musst du noch ein bisschen. Welche Abzweigung? Äh, wir müssen ja zu minus 172, 602. Minus 172, 602. Äh, lassen wir die Wände denn mit Sandstein dann? Oder sonst müssen wir noch ein Meer graben? Du lass es doch so natürlich, wie es ist. Gut. Nur wir müssen dann... Hier... Ja, dann müssten wir hier irgendwo den... ...aufschütten. Ja, wir müssten jetzt theoretisch... ...hier drüber eine... ...ähm... ...einmal Bruchstein, würde ich sagen. Als Decke, oder? Ja. Und da drüber machen wir den Sand wieder. Genau. Oh Gott. Gut, da wo ich gebraucht habe, ist da schon Sandstein, wo der hinten gehört. Glaub ich. Ja, dann können wir es auch so lassen. Da würde ich es so lassen. Ja. Was geil, aber dann musst du den Bruchstein dann eins niedriger setzen. Ich dachte, wir wollten vier. Ja, ja, aber so wie du es jetzt hast, hast du ein Fünf. Weil der Sandstein ja eins drüber ist. Die Spitzhacke sich da einfach durchfräst. Ähm. Jetzt hast du vier, dann hast du... Ja, vier. ...den Stein, die Stein... ...und... ...und über dem Stein hast du ein Sandstein... ...und dann gibst du den Stein weg, dann ist fünf hoch. Ich finde so... ...ä, aber hier sind ja vier... ...hör auf. ...vier Höhe haben wir hier dann frei. Ja, aber wenn du dann über diesen Stern Sandstern setzt, dann hast du fünf frei. Den Bruchstein will er aber jetzt stehen lassen. Ja. Karin. Warum? Ich dachte, wir machen Sandstern. Ja. Ja, ein Sandstein ist eigentlich cooler. Oder? Ich bin natürlich. Also wir können es aber auch natürlich lassen und den Sandstein halt nehmen. Keine Ahnung. Wenn wir so viel zur Verfügung haben, dass wir hier eine Decke ziehen können. Ich hab mega viel Sandstern. Können wir natürlich auch machen. Hat irgendwer was zu essen dabei? Ja. Ich hab noch Bratkartoffeln. So ein bisschen... Ja, cool. Oh, Bratkartoffeln? Ofenkartoffeln meinst du? Aufmkartoffeln. Aufmkartoffeln. Bratendes Hühnchen? Von wem hat ihn das jetzt gekriegt? Von mir. Dankeschön. Bitteschön. Ich würde sagen, wir fangen hier irgendwo mit der Decke erst an, weil das dann so eine schöne Steigerung ist hier mit dem... Ja, mit der Wand. Ab hier, oder? Das ist eine gute Idee. Hier. Da erst? Okay. Soll du hier die... Weil das hier so schön hoch geht? Bist du schon mal durch den Elbtunnel gefahren? Da baut sich das an den Seiten auch so auf, bevor dann der eigentliche Tunnel kommt. Was? Oh mein Gott. Der Elbtunnel. Wenn du Richtung Hamburg fährst. Also der ja bei Hamburg ist. Okay. Der Hamburger Tunnel. Da baut sich das auch so auf. Du kennst den Elbtunnel nicht? Der ist eigentlich bekannt. Ja doch, den kenn ich wohl, aber ich war da noch nie laut. Da ist immer Stau. Ja, es ist so. Wenn da so viele Leute durchfahren. Ich baue hier oben schon wieder Sand drauf. Okay. Ich habe keinen Sandstein mehr. Ich habe nur noch Sand. Ich bin runtergefallen. Ja, ich habe es gesehen. Bauen wir hier dann... Also das ganze Gebirge ab. Ja, der Christian meinte doch, er will nicht durch das ganze restliche Gebirge bauen. Will ich auch nicht. Ab. Ach, weißt du wie viel Arbeit das ist? Ui. Ich hätte gesagt, wir machen hier den Schlenker. Nach diesem einen Berg hier. Du weißt, wie viel da noch kommt, ne? Ja, wir müssen doch jetzt in welche Richtung müssen wir denn? In den Minusbereich weiter. Minus 100... Minus 200 irgendwas? Minus 772. 602 müssen wir hin. Minus 700? Minus 700? Ja, minus 700 hat er gesagt. Und dann... 672 wieder. Alter, das sind noch 1000 Blöcke irgendwie. Ah, was? Er hat doch irgendwas von 100 gesagt. Ja, 100 Blöcke noch das Gebirge. Ach so. Also ich würde sagen, wir machen bis hier irgendwo und dann machen wir den Schlenker in die Richtung. Aber ihr macht jetzt... Ihr baut jetzt nach... Äh... Nach der ersten, ne? Was? Nach X, ne? Nach Minus 700, oder? Ja. Baut du doch eigentlich falsch, oder? Wieso? Wenn ich jetzt in die Richtung gehe, äh... Gehe ich bald auf Plus. Ja, und nein. Jetzt macht ihr hier nicht verrückt. Wir müssen auf... Wir müssen auf der... Äh... Moment. Auf der Z-Achse müssen wir hier auf 600. Da laufen wir gerade in Richtung Plus. Und auf der... X-Achse müssen wir Richtung Minus 700, 72. Da machen wir nachher in diese Richtung weiter. Oh mein Gott. Wieso ist die Kiste hier gesperrt? Weil Pascal die... ... ... ... ... Oh Gott. Ich hab's gesehen, warum, oh Gott. Alter, das wird voll schwierig, hier den Berg zu imitieren. Karin, brauchst du noch Sandstein? Ich hab noch Sandstein, ja. Ja, ob du noch welchen brauchst? So. Wahrscheinlich. Wo bist du denn? Auf dem Dach. Auf dem Dach? Warte. Huch. Ja, bleib mal so, ist ganz gut. Muss ich noch einen Schritt zurück machen. Watt. Ich hab keinen Sand mehr. Ich hab noch Sand. Unten in der Kiste. Unten in der Kiste ist ganz viel Sand drin, Pascal. Okay, ich guck gleich mal. Aber danke erstmal. Und danke nochmal. Ich geh mal los und holo für euch Berufsstein, glaub ich. Ja, bestimmt zu wenig. Ist noch Diorit verfügbar? Timo? Nö. Ja. Ist noch Diorit da? Ja. Könntest du das Bitzung mitbringen? Guck einfach mal an die Kiste. Hier? Ja. Oh, nice. Oh, nice. Dankeschön. Das ist nice. Das ist... hier. Mhm. Oh, nice. Ich gucke mal. Sonst gibt mir was mit, dann bringe ich ihm was, ich laufe sowieso in seinem Haus und Bein Aber sonst sieht er erstmal unsere krasse Straße, das finde ich natürlich auch ziemlich cool Oder er läuft einfach so rum und findet die auch Gesundheit Danke, ach ich hab ja keinen push to talk, man Sorry Das ist kalt, da ist alles kaputt Hä, warum ist das? Christian baut da glaub ich grad ab Was macht ihr? Brauch ich was falsch? Hä, wo seid ihr? Wir terraformen gerade Wir sind über dir Wir machen wieder den Rad da drauf, damit das rausgeht Wie viel Stacks wollt ihr mir denn jetzt mitgeben? Wir brauchen den doch Er will mega viel haben, also gebt mir ruhig 6, 7 Stacks mit, ich kann hier wohl mitnehmen Ja, aber... Ja, aber... Er braucht mega viel Wir auch Hat er das geschrieben? Hat jemand viel Sand, was er nicht braucht? Warte, wie viel ist... ist denn viel bei dir? Ja Fragen wir mal Ich hab jetzt 8 Stacks dabei, das muss reichen Und welchen Satz gibt es denn hier? Und welchen Satz gibt es denn hier? So, Manni, warte mal So, versuch mir so nach Hause, nimm das mal Ja So, hier So einsammeln Danke 3 Stacks, wie viel hast du mitgenommen? 8 So, hier müsste das ja schon ungefähr wieder richtig aussehen Nur, wie machen wir das denn in diesem Berg hier? Was? Ach, hier sind... hier ist Sandstein überall, okay, dann geht das ja Ah, hallo Hallo Ich hab irgendwie voll keinen Überblick, wo ich grad bin Ach, ich bin einfach... Das ist nicht ein Cheat, dass ich jetzt nach Hause kommt? Gib mir mal eben den Cheat Nix Ehhh, kennt jemand die Koordinaten von Miss gehtdorf? 0-0? 0-0 muss ja ungefähr eingehen Was? 0-0? Wir sind bei plus 194 oder so. Ja, aber da geht ja... Das Sporn ist bei 0,0. Da bist du ziemlich genau da, wo... Nee, 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 Copy hat gefragt. Copyright, weil der die U-Bahn baut Richtung unser Dorf. Und der hat jetzt halt gefragt... Was? Oh, das ist eine U-Bahn. Ihr baut doch eine Straße. Die bauen die U-Bahn schon länger, als wir die Straße bauen. Oh, fuck. Ich mache hier gar nichts mehr. Ich habe hier einen Block... Ja, macht alles kaputt. Ja. Ach, kacke. Echt? Mach mal Tag, ich will nicht von den Pichern angerufen werden. Ehre mit, dich zu verteidigen. Ich laufe gerade nur mit Sandro und muss dem Sand geben, also... Oh, und? Hm. Shit, wir müssen erst unten bauen, bevor wir den Sand wieder da drauf packen. Ich ba... Ich baue das hier mal ab, den Sandstein, ne? Oh Gott. Thanks, äh... Thanks, äh... Timo? Ja? Kannst du mal zum Marktplatz gehen und, äh... Copy dann... Winterweil, er ist ja mit Winterweil. Das ist auf jeden Fall der letzte Berg, wo wir durch den Wehren. Nachher habe ich keine Lust mehr auf Berge. Oh, hier ist ja... Freiheit. Oh mein Gott. Ich bin in eine Höhle gefallen. Toll. Oh lol, hier ist ganz viel Zeug. Brauch Hilfe. Hilfe! Wo bist du? Hast du ein Spawner entdeckt, oder was? Nein, hier ist irgendwie... Sind hier tausend Zombies? Hä, wo bist du denn? Ja, runtergefahren. Wo denn? Hör auf mich anzugreifen, du Arsch. Ach, hier. Ach, Tag. Hä? Hä? Wie seid ihr denn? Ach, da. Wie kommt ihr da jetzt wieder raus? Gar nicht. Toll. Da ist was... Wir sterben. ...explodiert. Ihr braucht jetzt nur Brotsteine, ne? Ja, bitte. Ach, hier ist das Loch. Sehr gut. Christian, komm mal, wir bauen uns hoch. Wir springen gemeinsam. Geht das überhaupt? Ich hab mich hochgebaut. Ich hab mich hochgebaut. Oh, Christian hat ein paar Pfeile abgekriegt. Ja, das sieht so aufgespießt aus. Bitte? Das sieht so aufgespießt aus. So schlimm? Ja. Guck mal eh, dann siehst du eh. Eh? E oder drückt zweimal F5. Oh, oh, äh, Steinstufen. Steinstufen? Ja. Ich hab nur noch fünf Stacks. Bruchsteinstufen, oder was? Nee, Steinstufen. So, das hab ich nicht. Doch, 27. Was, ich fackeln zu Hause. Aber Bruchsteinstufen, da braucht ihr die nicht Kraft, die Seite. Oder braucht ihr die nicht mehr? Hm, wenig. Gebrüttel. Oh. Weil immer irgendwie Sand auf mich drauffällt. Hm. Derb, ich sammel deine Sache ein. Ich kriegst du nie wieder. Doch, ich kann sie mir wieder besorgen von dir. Werde ich immer bei mir tragen. Kann dich vom Server runterwerfen. Soll das machen. Die Sachen ja trotzdem weg. Stimmt. Aha. Eigentor. Hätte von mir auch Glasscheiben kriegen können, Eiger. Oh. Dunkelgewarzen. Haben wir es jetzt nicht tatsächlich geschafft? Warum sind da Löcher? Oh. Warum liegt da Strom? Hm. Mach mal so eine Maske auf. Das weiß niemand. Wollen wir jetzt hier gerade weiter, oder wollen wir... Also ich würd sagen, wir gehen jetzt irgendwo hoch und machen da die Steppe hoch, dass wir nicht mehr durch ein Berg durch müssen, weil das ist eine Scheißarbeit. War doch witzig. Wir müssen aber dann noch durch diesen Berg. Nein. Ja, wo willst du denn sonst sagen? Ich glaub, der ist viel größer, als der, den wir jetzt gerade abgebahrt haben. Wir könnten hier hinten dann hoch. Hier willst du ganz hoch? Wir müssen doch irgendwo abgeben. Da ist ja noch ein Berg. Ja, hier ist es dann aber ein Level und da gehen wir dann... Hier hinten ist ein Level. Und wenn wir hier hochgehen, hier ist dann eben... Und hier könnten wir dann Wärts umgehen. Ich hätte euch da hier Hochsteinstufen mitbringen müssen. So. Das Ganze dahinten. Wenn wir bis hier hochgehen, dann können wir dann hier nachher abbiegen. Dann wollen wir da die Kakteen platzen, aber man keinen sieht. Ja, stimmt. Oder machen wir... Das ist noch gleich nicht ein Berg in den... Das passt sogar ganz gut da. Ja. Ja, so ist gut. Akzeptiert. Ja. Das sieht aus hier. Weil wir hier die Fackeln gesetzt sind an der Wand hier. Hoch, runter, links, rechts. Überall verschiedene Höhen. Ich habe die nur da hingesetzt. Ich wollte nur Licht haben. Ich hatte Angst. Das sieht so witzig aus. Ich stelle da zu, Pascal. Ist das überhaupt du? Ja. Oh. Oh, ist immer lustig. Das ist gleich übrigens unbedingt die Zeit stoppen, wenn wir zurück zur Siedlung gehen. Er kann sich auf die Uhr gucken. Wie lange das halt im Endeffekt wirklich dauert. Ey, Michelle wird sich auch wundern. Ja. Wieso? Weil er das Montagabend machen wollte. Was? Die Straße, oder was? Ja. Naja, Michelle dachte auch, glaube ich, eher in kleinerer Dimension und vielleicht so drei oder so blöcke. Nö. Nee, Michelle hat ja das Beispiel gebaut, woran wir ja vorne angefangen haben zu bauen. Ach so. Wir müssen auch noch Laternen, Redstone fackeln, Haltestellen. Ähm, warte, ich gucke mal der Kiste, was wir da doch so haben. Ist denn... Ich brauche noch Brust ein. Ja, wo bist du denn da? Ja. Sex willst du dann fahren? Reicht, 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 danke. Ähm, Danke. Ich gucke mal oben drauf. Wann gehen wir denn nach oben? Ähm, was? Vor dem Fluss, oder? Was ist das da hinten? Ist das da... Da hinten hat doch jemand gebaut, übrigens. Wo? Dort. Ich glaube nicht, dass das normal so ist, weil... Niemand hat da was gebaut. Da wird jetzt nachgeguckt. Wo seid ihr denn? Ach, da oben meinst du auf dem Berg? Ja. Na Bergecke. Macht ihr das, Mann? Ihr kommt ja gar nicht fertig, wenn ihr das jetzt alle nachguckt. Wir haben schon viel geschafft. Sind aber neugierig. Wir brauchen ne Pause, wir müssen mal was anderes sehen, außer Bruchstein und Deorit und Sand, ey. Wie wir alle neugierig sind, alle da hinten fänden. Was ist das? Da hat jemand gebaut. Was ist das? Oh, Leute. Ich weiß, wo wir sind. Da oben war ich schon mal. Moria? Echt? Moria? Ja, das kann sein. Da steht ein Schild. Weißt du, wo wir hier sind? I trust you, my friend. Don't forget it. Zartok, Simon. Michelle, wer auch sonst? Ja. Wisst ihr, wo wir sind? Wir sind noch gar nicht weit weg von zu Hause. Doch, wir müssen weit weg sein. Gefühlt sind wir Jahre weg. Nee, wir sind überhaupt nicht weit weg, weil hier nicht weit in der Ferne ist der hintere Teil von Hemricks, also von Eis-Eltesteinem Schloss. Warum brauchst du in meinem Berg? Genau. Und hier. Das Schild hab ich schon mal gelesen, weil ich da oben schon mal war. GG. Wie komm ich da denn jetzt hoch, Leute? Über den Wasserfall, glaube ich. Okay, Pascal schafft es nicht. Das schafft es doch. Gott, was hat er denn hier gebaut? Was ist das denn? Wir sind noch nicht weit weg von zu Hause. Ach, weisie ist das. Warum kannst du da reingucken? Warum kann ich da nicht reingucken? Weisie ist das. Wer ist das? Weisie. Was weiß ihr denn jetzt überhaupt? Hier oben drauf. Toll, wir gehen zurück. Oder? Ja, es wird dunkel. Es wird dunkel, wir gehen zurück. Geht's überhaupt so? Wir haben Angst. Wir wollen wieder zu unserem Sand. Ich bin hier in einem Riesenloch. Ja, ich auch. Ich bin... Ich will hier hoch. Grabe mich hier nicht runter. Hier geht's hoch. Ja. Hier ist ein Hase. Das ist ja, das ist der Checker, der hat den Weg gecheckt. Aber wo ist jetzt unser... Wo ist unsere Straße? Äh, hier hinten rüber. Wir müssen hier... Wo, 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 wo. Das war tief. Ich hab nur noch nichts zu erleben. Oh Gott. Ja, genau. Wir müssen hier diesen kleinen Berg entlang. Ich bin schon wieder da. Naja, ich auch. Genau den hier, wo du gerade bist, meine ich doch. Oh Mann. Hier ist unsere Straße. Die Mo hat in der Zeit alles gebaut. Ja, nur ein bisschen weiter gebaut. Äh, eins, zwei, drei. Wir müssen hier übrigens wieder ganz schön was abtragen. Ja. Das macht ihr selber. Ich hab nämlich keine Utensivien. Eck da. Das ist keiner Zeug. Ich hab so viel Rucht damit genommen, dass ich keinen Platz mehr füge. Äh, sag mal. Boah, ich riss dem den Boden weg. Ah, ich vorhin auch schon gemacht. Das machen viele bei mir. Ja. Gebrochen. So, was essen wir noch? Eintiefer müssen wir noch, ne? Jupp. Hä? Hä? Was denn? Ich hab bald kein Essen mehr. Oh oh. Ich hab auch nur noch 37 Kartoffeln. Ich hab noch 42 Hühner. Ja, Mike. Mike, gut, dass die Heimat in der Nähe ist. Ja, genau. Über eine Straße gut verbunden. Eine gute Verkehrsanbindung hier zur Heimat. Er ist bestimmt losgelaufen und dachte sich, ne, hab ich kein Bock drauf. Wer war hier hinten unter der Brücke? Da fehlt was Okay Hier lassen wir das aber dann einfach so, ne? Was? Äh, die Wand Ja, wir verändern hier nichts Es bleibt alles eh naturell Es bleibt alles hier so, wie es ist So, wie es ist Ey, wer hat hier den Theoret abgebaut? Wer braucht, äh Ah, das war falsch, hier, wer war das? Hier, da, nicht richtig Ich schmeiß gerade mal das Wand weg Ich falle bestimmt irgendwo gleich runter, wenn ich hier die ganze Zeit rückwärts laufe Du bist runtergefallen Ich mach mal im Video einfach 10 Teile oder so Oh, egal Wie lange nimmst du jetzt schon auf? Eine Stunde oder zwei? Zwei Stunden? Zwei, ja Messplatte ist gleich voll Ne Das sind nur wahrscheinlich 100 bis 200 GB Grad Oh Gott Entschuldigung Wenn du Pech hast, fängt sich der jetzt dann bald dein PC anzuleggen Ne, ne, ich hab 1,5 Terabyte, das teilt schon Christian Nein Dann hast du wohl genug Platz Ich brauch drei Bruchsteine Hast du keinen mehr? Nö Nö Ja, wann denn du? Achso, oh, ey Nicht aussperren Mami Krieg ich jetzt drei Bruchsteine? Ja, hier liegen welche Nö Nö Ich hab ne Steinplatte, Herr Gaudert Hast du? G, G Hast du einen Bruchstein oder hast du noch keinen Bruchstein? Nö Mir will das keiner geben Guck mal her Bruchsteine Juhu, drei Bruchsteine Stufen Soll ich nochmal zurücklaufen und was holen? Ich hab jetzt fast fünf Stacks Aber es wird halt auch nicht mehr lange reichen Gibt's so ne Feststelltaste zum Rennen? Hast du nen Zahnstocher da? Schlemm deine Taste fest Oder nimm die Büroklammer Was hast du denn vor? Deine Taste feststecken Damit er schneller laufen kann Ach, bist du jetzt auf dem Weg zurück oder was? Du kannst das aber auch mit nem Programm einfach machen Ja, geht auch Bist du schon auf dem Weg, Pascal? Nein, ich bin hier noch Ich hab das Ganze hier alles Gute gewünscht und Das mit den Tasten feststecken, ne Das ist noch so richtig oldschool Das macht man doch so, wenn man so ein Tastaturpro ist Soll ich da zwischendurch bei dieser Steigung Von dem her hab ich aber auch ne oldschool-Taste Weil ich hab ne mechanische Aha Muss bei der großen Steigung halt nicht irgendwo ne Zwischenebene Ich nicht Damit wir nochmal ne Powerline machen können Weiß ich nicht Man kann auf jeden Fall mit W Also wenn man den nach vorne drückt, kommt man auf jeden Fall hoch Okay Wenn man in der Lohre ist Einen höher noch, ne Ähm, lass mal ein geschultes Auge gucken Ja Vielleicht Ja Irgendwer steht da im Weg Gibt's auch Diurid-Stufen? Sorry Gibt's bestimmt Viel Spaß beim Umbauen, Pascal Das machst du alleine Gibt's auch polierte Diurid-Stufen? Nein Hab ich grad ausprobiert, geht nicht Ähm, hat irgendwer nur Diurid? Ähm Naja Ich hab sechs Diurid Gib mal Bitte Mir fehlt Bruchstein Vielleicht klappt das ja Warte mal Wir dürfen wieder buddeln Nee Du kannst mit Diurid, kannst du nur polierten Diurid erstellen, aber kein Ähm Wir hätten, glaub ich, nur einen tiefer bleiben müssen, oder? Keine Stufen Wenn wir die Straße versenken wollen Hallo, habt ihr zugehört? Naja Ja Man kann keine Diurid-Stufen erstellen Weder mit dem polierten Diurid, noch mit dem Diurid-Pur Geht nicht Okay Ey, wir bauen nur durch Wüste, das ist ein bisschen deprimierend Ja, wir sind halt irgendwie in einer megagroßen Wüste, Tipi und oben hier Bei minus 450 endet das dann Hm? Was endet dann? Die Wüste Oh, hier ist schon wieder so eine Höhle Ich hab keine Ahnung, wie weit wir hier ausgraben müssen Was zum... Oh nicht ETF? Was? ETF? Ah, mein Inventar macht gerade, was es will Du hast left the game Aber... Ja, ich bin natürlich wieder da Ich hab, glaub ich, schon die vierte oder fünfte Schaufel Oh, und da müssen wir... Oh, und da müssen wir... Oh Gott, Zulick hab ich noch... Geil Ihr werdet euch freuen, wir müssen noch durch den Wald Ja, schön Yeah Durch den Wald mit Gebirge Was zum Teufel ist hier los? Das wird ja... The game Ne, hier ist schon... Ich hab'n Weg grad in der Siedlung Ich musste ja gucken, ob das passt Warte, nur an der Bruchstein, sonst mach ich jetzt Feierabend Ja, ich, aber warte, ich bin gleich wieder da Wir hätten auch ein bisschen... Moment Sonst noch vorm Schlafen gehen, eine Runde lol und dann schlafen Ne, keine Runde lol mehr, ich nicht Lol Aua Äh, lol, lol, lol Oh, die haben ja das Schaffarm Ah, die ist okay Noch Das ist Funkel Ähm Wir könnten auch schon Bruder abbiegen Aber jetzt ist zu spät Ja, wir sind ja jetzt hier zu spät abgebogen wegen Ähm, weil es halt platztechnisch am besten passt Ja Egal Ich lauf mal wieder in die Richtung Eigentlich müssten dann ja gleich, äh Oh Gott Ich fahr Hunger Ich dachte, wir bauen jetzt noch eben schnell zu Ende Es war ein Scherz, es war ein Scherz, es war ein Scherz, Leute, es war ein Scherz Hey! Bis morgen Abend Ich geh nochmal kurz bei der Burg gucken, irgendwie noch was hier alles ist Ich glaub, wir sind in ungefähr, wenn wir morgen nochmal so lange machen, sind wir fertig Ja, aber ich muss Montag arbeiten Oh Gott Ja, wollen wir hier noch weiterbauen, also ausgraben und dann erst abbiegen oder jetzt schon abbiegen Warte, ich guck sofort Ähm, hm, hm, aber ich bin dann auch gar nicht wieder da Ich will auf jeden Fall um so früh, so früh abbiegen, äh, wie ihr wollt, weil wir sind schon am Ende von der Siedlung Okay, nachdem... Eigentlich wollte ich hier, hier die Reihe schon abbiegen Ah, da ist die Straße Alter Oh, das ist der falsche Block gewesen Oh, hier seid ihr, ja Ich hoffe, für den Rückweg reicht mein Nahrungsvorrat, dass ich durchgängig sprinten kann Melli, so ist falsch Entschuldigung Ah, ja, auch gerade zu sehen Gesundheit, kein Problem Ja, da müssen wir so noch gerade haben und dann Weil, da, der erste Streifen wieder Oh, mir fällt mal gerade so auf, ich hab den ganzen Tag noch nichts gegessen Ich glaub, ich bin echt krank Ich armer Soll ich mit gerade? Oh Kannst du machen Loll, Garin hinkt fest Können wir denn noch Bruchstein? Oh, irgendwo höre ich hier Lava, also aufpassen, ne? Das ist ein Enderman Oh, ich hab keinen Bock mehr, den nachzutaufen Hat eigentlich irgendjemand hier schon den Endertrachen besiegt auf dem Server, oder? Das hat Mike heute auch schon gefragt, also, das Ende, das Ende haben sie wohl schon gefunden, die DFB-Leute haben das wohl schon gefunden, aber ob der Drache noch lebt, keine Ahnung Ich gehe ganz stark davon aus, dass sie das einfach gemacht haben Aber ich kann das End ja noch zurücksetzen Das machen wir, da machen wir aber auch ein cooles Ziel Kann auch den Leta nochmal zurücksetzen Oh, 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 hier ist Lava Ich hab's dir gesagt Bin nicht reingefallen Ich hab auch gerade keinen Wassereimer bei Hier ist auch Lava Ich pack nur schon mal meine Schnellleiste Da, wir können Glas dahin machen Ich hab grad Sand reinfallen lassen Lava ist weg Durch Sand? Ja, wenn der reinfliegt, ist die Lava weg Hoffentlich zumindest Jo, weg Oh Oh nein, ich hab einen Sand zu viel abgebaut Ich hab halt keine Baumaterialien mehr Ich auch nicht Hey, weg Oh, oh Geh ich im Weg Ich bin mal ganz kurz AFK Also ich setze jetzt auch meine letzten 26 Steine hier Und dann Auch keine mehr Dann haben wir aber auch viel geschafft Ja, sehr viel Das waren die letzten beiden Juhu Klappenstreich Mein ganzes Inventar ist halt voller normalen Stein Ich hab noch einen Haufen Diorit hierbei Diorit hab ich auch noch ein bisschen unandesit Hat Garry noch Bruchstern, dass wir wenigstens hier noch fertig machen können? Ich hab sieben Bruchstern Oh, okay Oh, okay Die kannst du ja hier noch setzen, hier hinten bei mir Yay 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 Und das ist halt... Hey, da ist noch mehr Lava. Kann ich da jetzt Sand reinlegen? Ja, wir könnten halt echt das, was Pascal gemeint hat, und Glas rüberbauen. Hey, Leute, hier ist ja auch noch Bruchstein. Können wir noch abbauen. Kriegen wir vielleicht den Weg noch ein bisschen weiter fertig. Oh Gott! Du hast mich in Lava geworfen. Nein, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe kein Wasser dabei. Scheiße. Hier ist auch kein Wasser, Pascal. Was passiert hier? Irgendwer wirft hier doch ein Sand rein und wirft mich damit in die Lava. Nein! Ich glaube, ich bin nicht tot. Wow, du hast es überlebt. Ja. Oh, ich habe mich auch gerade erschrocken. Ich bin da nämlich auch reingerutscht. Ja, irgendwoher kam gerade Sand auf einmal. Ich habe versucht, dich mit Sand zu löschen. Ich habe gedacht, das geht vielleicht. Nur mit einem Block Sand habe ich gelegt, aber es hat leider nicht funktioniert. Oh, das sieht aus. Oh Gott, ich bin gerade erschrocken. Ich glaube, ich habe zu wenig Glas. Wie hast du Glas überhaupt dabei? Keine Ahnung. Warum habt ihr kein Glas dabei? Warum? Mein ganzes Inventar war voll mit Geruchstein. Ich habe kein Glas. Ich habe kein Glas. Irgendjemand hat mich da vorhin gerade reingeschubst und ich habe es überlebt. Ich war es nicht. Du bist halt voll der Pro. Ja, ich habe noch eineinhalb Herzen. Wurde es mit Wasser gelöscht? Nee, wir haben kein Wasser dabei. Doch, haben wir. Echt? Ja, du. Ich nicht. Ich auch nicht. Oh, wie viel Wasser man mit einem Block machen kann. Ganz viel. Geht Timo, Joint Game. Und jetzt müssten wir alle Lämpferl rausgehen. Lämpferl rausgehen. Lämpferl rausgehen. Lämpferl rausgehen. Lämpferl rausgehen. Vielen Dank.